Ah, diese fürchterlichen Schlümpfe! Es muss doch einen Weg geben, ihr verfluchtes Dorf zu finden. Was willst du von mir? Tu nicht gut! Seit wann willst du gekrault werden? Genug Herzlichkeit! Du weißt genau, ich hasse es, dein Fell zu streicheln. Du Flohteppich! Warum bist du so anhänglich? Ist es der Vollmond? Hau ab! Nerf jemand anderen! Essen? Hab dich! Ich... Hunger! Oh, kleines, süßes Fellknäuel! Ich Fellknäuel! Essen! Seid mir ziemlich böse! Pfote ist verletzt! Weht wird sie heilen! Aua! Nicht den Schlumpf fressen! Ich helfe dir! Verletzung sehr schlimm! Ich bringe dich zu Papa Schlumpf! Wuhu! 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 Und wenn ich glaube, ich würde heute mal hier lang... Hm? Hammer Schlumpf! Komm her! Wild! Ah! Hab keine Angst! Bei mir! Azrael! Friedlich! Pfote ist verletzt! Das arme Tier braucht Hilfe! Lass mich mal sehen! Du hast recht, Wild! Die Verletzung ist sehr ernst! Aber Azrael ist unser Feind! Wir dürfen ihn nicht hier behalten! Ihr bleibt bei Wild! Hallo, Papa Schlumpf! Hallo, Wild! Hallo, Azrael! Ah! 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 Schlumpf um euer Leben! Ah! Ah! Ich muss mit den Schlümpfen reden! Habt keine Angst! Ihr habt nichts zu befürchten! Wir halten eine Schlumpf-Versammlung ab! Der ist Schlumpf! 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 Azrael ist Gargamels Katze! Das steht fest! Aber er ist verletzt! Wir müssen ihm helfen! Das machen Schlümpfe so! Alle müssen einverstanden sein! Das ist ein Besonderes Gerät! Das war die Leute ohne Plan!